ja hallo und herzlich willkommen heute ist es mal wieder zeit für einen kommentar und das ist ein ganz besonderer anlass der diesen kommentar erfordert nämlich diesen panzer den m6a2e1 wird jetzt bald oder sehr bald nämlich am ersten april zu kaufen geben jetzt werden sich die ein oder anderen fragen was wie die wir zu kaufen geben den gab es doch bisher nur für die besitzer der pre order pakete und genau so ist es das ist gerade das was das thema so spannend vielleicht aber auch heikel macht denn eigentlich ist es ein panzer der wirklich sehr 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 wenigen menschen vorbehalten war denn natürlich 2011 haben wenige leute vielleicht auf das pferd world of tanks gesetzt noch weniger haben den pre order pakete bestellt oder gekauft und gerade die da damals vorhanden waren natürlich haben auch der einige aufgehört also deswegen gibt es diesen panzer kaum mehr noch auf dem server und bevor ich meinen eigenen kommentar dazu abgebe will ich aber erst mal sagen was denn wargaming sagt weil wie schon erwähnt 2011 hat victor kisley der ceo von wargaming gesagt also ja nur in pre order paketen jetzt fünf jahre später oder beziehungsweise sogar sechs jahre später gibt es diesen panzer so gut wie gar nicht mehr zu sehen und deswegen will euch da wargaming die möglichkeit geben diesen fabelhaften panzer so ist deren aussage wirklich auch selber zu testen beziehungsweise auch den kaufen zu können der wird auch wirklich nur eine kurze zeit vorhanden sein und da aber dementsprechend auch dann dazu führen dass man den panzer eben häufiger auf den schlachtfeldern antrifft also wer da wirklich interesse hat der muss ich sag ganz bewusst muss am ersten april zuschlagen wie lange es den dann gibt wird dann da gesagt aber auf jeden fall kann es danach wieder für sehr sehr lange zeit sein dass ihr den panzer nicht haben könnt wie er ja ist habt ihr ja schon in dem gameplay auf dem kanal gesehen dann ist natürlich eine weitere spannende frage die gestellt worden ist ihr werdet ihr auch andere sehr seltene panzer wie vielleicht sogar auch den type 50 den typ 59 verkaufen dann sagt er ja also natürlich ist alles möglich dass man auch sogar so rare panzer wie den type 59 kaufen kann zu irgendeiner zeit in der zukunft aber und das ist auch ganz wichtig dass es kein versprechen das heißt wargaming lässt sich hier ganz bewusst natürlich die hintertür offen dass sie sagen ja also natürlich unser panzer wir können damit in anführungszeichen machen was wir wollen und wenn ihr den irgendwann doch verkaufen sollten dann ist es halt so also es ist keine bestätigung dass der type irgendwann mal in den geschenkladen kommt aber es ist auch keine absage dafür das ist auf jeden fall sehr interessant und dann gab es natürlich die frage hier speziell zum m6 a21 ja wie kommt es denn dazu dass ihr überhaupt diesen panzer jetzt gerade anbietet ja das liegt daran dass er hier jetzt ein hd model bekommen hat und ganz ehrlich wenn es keiner fahrt damit dies auch keiner sehen und er auch über die zeit verbessert worden ist und es hat eine schande ist dass man halt diesen panzer so gut wie nie irgendwo im spiel zu gesicht bekommt deswegen gibt es jetzt hier diese aktion natürlich werden sich jetzt viele leute ärgern die damals die preorder pakete gekauft haben und bis jetzt einen der seltensten panzer überhaupt haben und das verwässert jetzt natürlich also klar gab es auch da die frage gibt es denn irgendwelche kompensationen oder boni für diejenigen die diesen panzer schon haben und sagt er ja es wird einen besonderen konten also besonderen inhalt für diejenigen geben die diesen panzer schon in der garage haben wie der allerdings aussieht ist zum jetzigen zeitpunkt des erstellens von dem video noch nicht bekannt also ich schätze mal spätestens zum ersten april wenn man denen dann auch kaufen kann wird da irgendetwas erzählt ja und dann eben nicht nur die type frage die geklärt worden ist sondern allgemein frage ob es eben auch in der zukunft diesen panzer geben wird und dann sagt er ja auch in der zukunft ist es natürlich dass man entweder diesen panzer wieder kaufen kann oder einen anderen raren panzer also auch das ist wieder kein versprechen denn jetzt ist er erst mal vorhanden und man sollte jetzt zuschlagen aber man lässt sich auch hier wieder die hintertür offen dass man sagt ja wenn ihr wollt oder wenn wir wollen viel mehr dann könnt ihr euch diesen panzer kaufen und das bringt mich jetzt zu meinem kommentar was halte ich persönlich al karamba von dieser sache ich bin selber ein world of tanks spieler der erst 2013 angefangen hat also ich hatte gar nicht die möglichkeit diesen panzer zu erwerben deswegen bin ich jetzt ganz egoistisch und sag ich persönlich finde es gut ich finde es auch deswegen gut weil es de facto ein panzer ist den man wirklich kaum mehr antrifft selbst die leute die den haben spielen den wirklich nicht so häufig weil es verhältnismäßig andere panzer gibt die besser performen und dann sagen sie sich die ja dann nehme ich halt den deswegen ich persönlich finde es gut was wargaming da macht und ich weiß auch jetzt wird der ein oder andere wieder wargaming fanboy schreien aber ich sehe das aus einem eigennutz heraus weil so habe ich die möglichkeit als panzer sammler und ihr seht ich habe einige premium panzer jetzt endlich mir auch diesen zu gönnen weil klar irgendwo ist so eine garage einfach ein bisschen unvollständig wenn man manche panzer einfach gar nicht kaufen kann weil man zu dem zeitpunkt noch nicht gespielt hat ist natürlich wie gesagt unfair oder schade für die die den panzer schon hatten und so bei der preorder zugeschlagen haben aber ich denke eben in diesen sechs jahren dass da auch von den damaligen käufern viele mittlerweile einfach nicht mehr spielen diesen panzer vielleicht im speziellen auch nicht mehr spielen und natürlich und das ist ganz wichtig wenn die kompensation auch passt ist es finde ich fair weil wenn ich für mich persönlich so lange einen panzer exklusiv habe und dann nach dieser langen langen zeit das dann mal heißt ja okay jetzt wird er verkauft aber für diejenigen die den schon haben da gibt es eine kompensation da finde ich das nachvollziehbar und aus meiner sicht auch wirtschaftlich gesehen kann man das gut argumentieren am ende des tages muss man aber immer sich darauf gefasst machen dass wargaming eine firma ist wargaming mit geld verdienen und wenn ich ein panzer habe den ich mal entwickelt habe der so lange exklusiv war und ganz ehrlich der im kleinen vorhanden ist und mir jetzt nicht viel kostet das umzusetzen dass ich sage jetzt kriegt ihr den panzer und das ist da einige käufer geben wird da sind wir uns doch alle klar das ist auch nachvollziehbar also deswegen sollten wir alle das bisschen entromantisieren sag ich mal und wargaming als dessen was ist eine firma die geld verdienen will und das passt natürlich da dazu auch da sieht man so eine aktion wie dem e25 auch da wargaming nie speziell gesagt diesen panzer wird es definitiv nie wieder geben sondern sie haben sich immer eine kleine hintertür offen gelassen und an weihnachten oder beziehungsweise im dezember war es dann soweit ich glaube am 16 17 um den dreh rum war es da gab es den e25 wieder und und das ist zumindest für alle leute die den type da draußen nicht haben auch da besteht die chance dass irgendwann heißt jungs ein tag gibt es jetzt ihr könnt euch den type kaufen go jetzt muss man aber dazu sagen dass dieser panzer noch viel exklusiver und viel spannender ist als es der type jemals war wenn da gibt es verhältnismäßig noch sehr sehr viele davon von dem her da muss man sagen das ist etwas ganz besonderes also ich persönlich finde es wirklich gut dass es den panzer gibt ich werde ihn auch selbst kaufen kann ich auch schon mal so viel vorweg nehmen und falls es jetzt wieder die ersten unterrufe gibt nein ich bekomme den panzer nicht gestellt ich bekomme ihn nicht rabattiert oder sonstiges auch als community kontributor muss man ganz normal sein in anführungszeichen checkbuch in die hand nehmen und den panzer kaufen aber weil ich wie gesagt den sehr spannend finde zumindest auch einfach mal was exklusives haben will wird es denn wird es der panzer werden und auch und das denke ich ist auch wichtig zu sagen selbst wenn der panzer jetzt verkauft wird und der wird an dem tag bestimmt gut verkauft oder in der zeit trotzdem wird dieser panzer bei weiten nicht so oft vorkommen wie viele andere premium panzer in diesem spiel vorhanden sind weil einfach trotzdem der zeitpunkt verhältnismäßig kürzer gewählt ist weil klar es gibt viele andere panzer die entweder dauerhaft aktiv sind oder so regelmäßig wieder kommen und trotzdem sieht man diese panzer nicht tagtäglich beziehungsweise nicht in jedem gefecht ich sage jetzt zum beispiel nur löwe der löwe den kann ich eigentlich schon immer haben aber der löwe trotzdem ist jetzt so ein panzer der wird auch verhältnismäßig nicht so oft gespielt obwohl der omnipräsent ist und mit vielen anderen panzer könnte man dieses beispiel sogar noch extremer machen aber ich wollte jetzt nur mal so ein kleines beispiel dafür anbringen deswegen ich freue mich sehr auf den ersten april weil da wird der panzer kommen das ist auch kein april scherz also das ist de facto so sonst hätten sie uns ihn hier nicht zur verfügung gestellt und trotzdem würde mich jetzt mal auch eure meinung dazu interessieren findet ihr das gut dass dieser panzer verkauft wird findet ihr es gut dass eine kompensation geben wird hätte ihr gesagt nein soll es nicht mehr geben oder gerade auch an diejenigen da draußen die zu den preorder käufern gehören was sagt ihr denn im speziellen dazu das würde mich mal interessieren deswegen meine meinung zu diesem jetzt bald anstehenden kauf wie gesagt wenn euch noch ein bisschen gameplay dazu interessiert gab es da auch heute noch was dazu auf dem kanal ansonsten sage ich vielen dank für eure aufmerksamkeit ich bin sehr auf eure reaktion gespannt bis zum nächsten mal euer alkaramba